Hallo und guten Tag, mein Name ist Benedikt Centrup von der Sanierungstechnik Dommel und dies ist eine Videostellenanzeige, denn wir suchen einen Bauleiter, eine Bauleiterin, die sich um die Abwicklung unserer Kanalsanierungsprojekte kümmert. Bauleiter bei uns im Haus haben folgende Aufgaben. Es gehört dazu, Mitarbeiter einzuteilen und diese dann auch zu führen, Material zu bestellen, dass es pünktlich da ist, mit Auftraggebern und Ingenieurbüros über den aktuellen Baufortschritt zu kommunizieren und natürlich muss am Ende auch noch eine Rechnung geschrieben werden und unsere Leistung dokumentiert werden. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und dich fragst, was muss ich da mitbringen, ist relativ einfach. Idealerweise bist du schon ein Baumensch, heißt du bist Ingenieur, Ingenieurin, Techniker oder Technikerin oder hast einen anderen technischen Hintergrund und würdest gerne mal was Neues machen. Du solltest kundenorientiert sein, kommunikationsstark und teamfähig und was wir dir bieten ist auch relativ einfach, heißt eine faire Vergütung, ein absolut ausgezeichnetes Betriebsklima, Wertschätzung und Raum für eigene Ideen und am Ende des Tages ein schickes Büro, so wie dieses hier. Wir freuen uns, wenn du dich meldest. Du kannst dich bewerben, indem du uns unter diesem Video eine persönliche Nachricht schickst oder du schickst deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an kontakt.sanierungstechnik-dommel.de und dann melden wir uns bei dir. Vielen Dank fürs Kucken und wir freuen uns auf deine Bewerbung.